so ist die Romantik ist ab und wir haben vergessen auch ein D-Wirt bald mitzunehmen Scheiße er ist ziemlich scheiße aber will uns nicht stoppen auch noch nie und dann kommen noch machen wir noch an BG wenn man zum BG an ich weiß es gar nicht wenn man mit uns sind nämlich so ein bisschen stärker aktiviert das die Bünze Nils-Guerstel machen aber abtürkert durchflutet Aarhus ist die Wagen schieben ach so wir müssen um Ding machen Kacke 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 wir müssen den so genau und ich glaube müssen immer kühlen sonst fackelt er abtopp erlaubt und dann haben wir es geschafft es ist eine lustige Quest auch wenn ich gerade nicht gelöscht habe so jetzt aber soll immer da bleiben aber ich bin ja auch nicht ob das immer ein guter Modellin geschoben hat ich doch das sind immer wir gewesen nur ich war so nicht so gut überhitzt wird es nicht mehr so ein kleiner Weg Scheiße frostiges Kitzel mehr als völlig recht mit unserem Schlauch spritzen wir alles voll was ist es zwar deutlich war aber es ist egal und wie war denn noch will es schafft man nicht Kacke sind sie mehr warten bleiben er macht gesicht ganz nass hier tut mir leid Scheiße mal auf der Weg aber es hat geliefert das ist nicht schlecht oder kann man gleich der Quest abgeben noch mal das mal schnell wenn wir schon hier sind die Däten die Däten die Däten die Musik nicht ganz lustig hier in diesen Gegenden die Däten und verrägt mich dass jeder nur auf was wir noch nicht wirklich außer und das mit den Erfahrungen geben was ist ziemlich nett mit es ist nett nett sind Doria ist online wenn ich nicht wahrscheinlich aus der Gilde so von den Freunden ist niemand ich hatte auch mal mehr Freunde in der Liste aber mal er kommt wurde gehackt wenn ich sagte er war die wirklich gehackt also da war die Okie die Charaktere war nicht gelöscht und das Equipment war alles weg und die Vorlesung sei natürlich gelöscht fand ich ziemlich schade aber egal da die Zeit der WoW Pause machen aber auch ohne Account gehackten Neuer nicht so das prickelndste was man erleben kann aber erst das so weiter gespielt im Monat da ist mir aufgefallen dass ich eigentlich melden kann wenn man in Kürtel zurückbekommen habe es gemacht und haupte sich zurückbekommen das war geil aber schon dass alle Freunde gelöscht werden nur da worden sind weil es waren zehn stück oder so liegen der Freundesliste hatte aber nicht schade aber naja und deswegen blieb sie bei zwei eigentlich drei aber ein hab ich gelöscht weil ich einfach Lust hatte und naja jetzt bin ich Einzelgänger eigentlich ja nicht mehr eigentlich bin ich immer mit Melendung hier unterwegs aber er hatte kein Hortla und naja ist eigentlich schade aber ist mir ehrlich auch Latte so jetzt können wir uns schon mal anmelden weil ich weiß nicht wie lange es dauert aber es ist eigentlich ziemlich früh noch so 18 Uhr sind die meisten eigentlich online und naja Versuchsraub der Raptoren müssen mit abliefern dann stehen wir darunter Auer aber die Heilung ist immer noch sehr schnell das eigentlich nicht so 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 die Beißen ist uns glaube ich sie ziemlich lustig aus was übernehmen verlieren aber die Blut noch jeden Fall so der Krieg als ersten Morgen Paprize in den Arsch geschoben also ich finde es jetzt macht Schamane ziemlich Spaß und er ist auch ziemlich stark und auf jeden Fall mehr Spaß als Hexer bis jetzt und ist auch schon laut hier auf meinen und wird fühlen da schon die schöne Musik vor allem die Hauder wird sich ein jetzt haben wir fünf oder ich glaube jetzt haben wir fünf nehmen wir von man sich als auch noch ein Mitgliedschen gezählt hat aber ich glaube auch schon 5 jetzt scheint so die Gruppe Harnen mit Blame 6 wenn wir von ihnen anscheinend kein Leben ab du mir wirklich drauf geachtet aber ich verliebe halt bei der ich seit der Welt so schallig Todeser ist das Ende ich bereide verweigte aus dem Protokoll ja genau so und es gibt immer schnell die Quest ab von meiner Nase läuft gerade es ist nicht so toll ich habe auch kein Papier hier es hat die Scheiße und in alle Dach rein so und dort um die Quest ab und es mal Level ab wahrscheinlich der Neunzen schon ein Level noch da hat mal jetzt ein bisschen display abgebrochen oder pausiert aber wir machen ja ein Lustprojekt und ich freue mich dass wir das machen da genau er passt auch in so der Scheiße geht er ein und fliegt da jetzt mehr einfach weg Bummer lustig gewesen aber auch ziemlich schade für den schönen Dino und sein Versuchsrapport aber Bummis immer schön so ich denke das ist ja noch die letzte Kunst was wir hier machen und hauen wir schnell ab von hier und mit dem 11 Kölner schon ins andere Gebiet und wenn nicht dann wird wahrscheinlich durch BG Level ab wenn wir es schaffen sollten das ist die Saison oder und das ist alles was zu genau das ist ein anderes Wort sein soll aber man in der Anselmöchte das ist nicht so toll Wanne die Küchenrolle ist zehn Meter von mir entfernt für mich zehn Meter vielleicht zwei aber muss ich rüber schütteln und Peter Maus das wollen mein Mikrofon oder für die Seele Schauer passiert und du musst ja auch noch mal berechnen ist am Daxer das Display nur muss jeder von von Anfang an das war nicht so toll wo wir ich habe auch mit Götzern und aufgenommen ist einfach relativ am Anfang Wollt die PC ausmachen und zu der andere weil er so komisch geblinkt hat und naja dann es hat das Mikrofonik voll in der Aufnahme ob ich dann gehört das ist gar nicht so schlimmer und nur so scheiß drauf ich hätte gesagt es ja viel lauter aber naja wir sind ja nicht in der Aufnahme von Dax sei es ist er von W.O.W. zubereich eigentlich auch bei W.O.W. redet man ja eigentlich war alles über Weltgeschichte heute übrigens wieder mit gestern war wieder einer von für den Lacki immer mal vor meiner Typ standen hat er geklingelt und hören muss er noch zu tun gehen gehen muss so ein Scheißdreck anhören doch ich hab's mir angehört ihr habt gesagt dass es mich nicht interessiert nur ist auch wieder gegangen Römer so nur so komisches Buch im Briefkasten getan um war es so Sinn des Lebens gibt den zu Buch da nach Gott ach Gott warum verstehst nicht Leute die über Kirche reden wollen voll mit mir ich bin ja komm schon sagen ich glaube eigentlich in gar nichts was sie ist bei euch so ist aber ich glaube eigentlich an und ich glaube ich wo ich glaube an das Leben und ich glaube dass ich nicht die ganze Träume und wenn eine eigene Traumwelt aufgebaut habe das glaube ich aber ich glaube nicht an Adam und Eva oder sonst irgendwas weil das ziemlich unglaubwürdig und wer dran glauben will ich will ihn nicht um keine Ahnung ich sage es ist doof ist aber ich wusste nicht und das ist auch ziemlich gut so ich habe ich habe nicht alle werden nur nicht die Stadt gefühlt aber ich muss jetzt machen wir machen es war so was haben wir noch gar nicht die Kraft auch an das soll man öfters machen der Geil der Städte auch von Lauer da hier kann Bock jetzt die ganze Zeit so und den Niedel zum Sekunden aufzustellen selbst nicht so prickelnd der Blatt auch schon ein bisschen länger da Schöner angegriffen wird es sofort kaputt ich hatte nicht diese Kräste Prozent Euro und die Künstler nicht ziemlich schwer findet ob es jetzt läuft es um 3 für die Kräste mit nur einmal von viermal die Woche oder so natürlich gesucht so aus sieben auch mit auch noch ein für das ist was schon und nun die ganze den Torschnitte oder ja die Uhr gekillt davon ist doch einer was sind das überhaupt ein Hase schön kann die Niedchen mit Geist und auch wenn nicht Geiste vor allem sind die Märzer von Geist geistlicher ein Geist viele Geister natürlich ich bin so blöd so was wird man jetzt ach so die sind mal verteilt diese ganze verdammten Flächen naja kommen wir diesen Schwarz zurücklaufen das wird man ja noch zwei auf dem Weg wenn ich es auch nicht so schlimm aber müssen schon ziemlich den unterwegs für den 20 denn es waren jetzt bis jetzt gut 20 Folgen das ist unsere Playtime schon sechs Stunden immer auf nur Kiel ist es ja nicht die reguläre Aufnahme in welches Spiel starte mich noch glaubt zwei Minuten hier auf dem Fleck und warte und mach alles noch und stellt Dexter Reiden macht die Aufnahme an das konnte ich jetzt immer zwei Mal das seit der Flaute von gestern die 40 Minuten Flaute da immer nicht aufgenommen haben die Trelle will wir haben sind vorsichtiger obwohl ich eigentlich auch schon immer vorsichtig war aber ich habe trotzdem versagt und finden keine Kristalle schon scheiß eigentlich nicht und jetzt haben wir schon drei gefunden sind auch noch zwei andere ich hoffe sie greifen sich an wobei wir auch stark sind sind sehr stark ist in Anstatt 1 ein starkes Mädchen das ist ein Spielsmeer eigentlich Mädchen Riep Lui Leif ja eigentlich auch bei Horter spielen aber physikalisch nicht wo es gar nicht wo es halbiert ist mit Befugung getreten also gegen den Mikrofonständer die Stürmer die Sohn Jürgen Sonser und Mikrofon Halter das ist zu hat sich ziemlich doof an Nörst der Nörte da schon besser ein Kristall noch einer vorne da das ist ziemlich schnell gegangen die Erfahrung wurde auch erhöht worden glaubt 40 bis 50 von 80 bis 85 auf jeden Fall und 90 bis 80 85 bis 90 Eintracht dauert er wieder wie mein Gespannung ist überhaupt da ist ein Schaffmann das war sie alles so gar nicht weil es müsste ungefähr sechs Prozent von seiner schon paar mal gesagt und 600 Folgen sind gut zwei Jahre oder muss immer zwei Jahre lang Euro wie er auf einmal bekloppt bezahlen und ich denke bis dahin die Schüler Neues erdornen überhaupt doch ein zu Haus kommen sehr neues Elm den geplant Neues MMO Titan heißt es soll ja auch in zwei Jahren glaube ich rauskommen und wir sind total falsch Auer so er kann was war nur super die sichern die Niederstufe und niedrigstufig und auch wird es ja nicht sein das so ist Jochim das Problem durchmachen und zu erheben obwohl ich glaube ich denke mir hauen jetzt ab und gehen dahin nämlich dahin dahin und dann über dahin wahrscheinlich und dann dahin und dann dahin und dann dahin und dann dahin dann dahin dann dahin dann mit einem nicht dahin der Besucher auch mal die östlichen Königreiche und so ungefähr mit laut Gründer anfangen und dann darunter und das oder das geschafft haben wenn sie immer dahin 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 dann dahin dann dahin und dann dann mit was erst dahin und dahin und da wahrscheinlich dann dahin und dann dahin und noch mal ein Leben und dann und dann gehen wir immer dahin erst dahin und dann neid ich auch okay ich höre schon auf und so finde ich ja gemeldet komische Sache so auch egal